hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die sims 4 werde berühmt ja wir haben wann muss er zur arbeit drei tage okay das heißt er kann ausschlafen wie sieht es bei dir aus madame du hast gerade hallo die tv-serie bei der tv-serie bei der du mitgewirkt hast schlechte nachrichten scherz du warst toll alle sind begeistert von deiner leistung du und wir das wird was ganz groß ist stimmt sehr schön das heißt aber wir brauchen einen neuen casting termin den wir dann mal starlight verleihung was ist das ok da bin ich mal gespannt eigentlich wollte ich hier drauf klicken und hat das müssen wir natürlich machen sieben stagramm story und wir haben hunger naja aber erst berufsleben dann essen nicht gerade berauschendes essen ja vielleicht sollten wir uns auch erstmal welches machen soziale medien status aktualisieren und dann können wir gerade mal gucken nach auftritten suchen genau wladislaus hardware das gibt nicht so viel dass wir natürlich mit anstand und würde empfohlen eine fähigkeit level 5 der charisma das müssen wir natürlich noch ordentlich pimpen dann wir haben drei glaube ich level 5 der getan fähigkeit letzte stadt im westen das gibt auch ordentlich gelder machen dann machen wir doch das weil das kriegen wir eher hin das hättest du nicht essen sollen süße das hättest du nicht essen sollen das stank das wischen wir mal auf und dann kochen wir mal ein kochen wir mal winterkuchen tokutafos eier und toast einzelportion machen wir das so was ist mit unserem der kann noch pennen der sollte aber mal duschen erfrischende dusche nehmen ja bella frisst aber immerhin jetzt gutes futter unfreundliche umgebung schmutz und unordnung so viel haben wir doch gar nicht also nichts wo du jetzt leiden müsstest meine liebe war die andere pfanne nicht mehr gut so schüssel füllen ja wenn man einer der letzten folgen weil unser haus ein bisschen vergrößert und level 5 gitarren fähigkeit was haben wir denn vier müssen wir noch ein bisschen steigern so genau genieß es mal du mein lieber könntest dich hier mal mit der hier unterhalten können wir nicht okay aber mit ihr dann kennenlernen wo willst du denn da hin süße zuspruch ich muss hier doch über outfits reden mehr auswahl geben wir mal zuspruch kann ich mit dir nicht über outfits reden ne kann ich nicht okay versuch war es wert wer springt denn hier noch rum sie hier freundlich vorstellen dabei kann man gerade mal gucken was du hier machst du duscht fühlt sich immer noch unwohl dabei ist doch alles sauber sie hat gar nicht fertig gegessen eier und toast essen meine liebe so du kannst dich mit ihr unterhalten wer bist du überhaupt maja 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 natürlich über outfit reden sehr gut das müssen wir nämlich noch machen sehr gut von interessen schwärmen sich für klavier sonaten begeistern kann man natürlich machen unterhaltet ihr zwei euch du das essen ist richtig lecker also genieß es so dann können wir gerade mal gucken baby machen nein hier hingehen hier hingehen ist vielleicht besser da ist noch jemand kann ich mit dir über mode reden freundlich vorstellen noch tagfragen und ähm yipsi von interessen schwärmen ich suche eigentlich zählt das auch zählt das auch da haben wir es doch über outfit reden sehr schön sehr schön oh abgeschlossen sehr gut level 2 der fotografierfähigkeit erreichen äh kann ich ein foto von dir machen hallo äh äh kennenlernen schadet nie bella ist älter geworden es ist eine ältere hündin okay es ist ein snob okay hm ich würde sie ja gerne fotografieren aber Fotos teilen ist was anderes wie kann ich sie fotografieren kann ich sie fotografieren kameraoptionen das ist meine kamera hier foto machen mit so geht das ne so geht das nicht oder ähm ne reicht so steigt mein fotografie level ja können wir noch mal ein foto machen mit mit ihr hier machen wir mal ein filter drüber so ich glaube wir haben level 2 erreicht jawohl sehr schön level 2 auch erreicht passt gehen wir mal zurück nach hause so und du brauchst noch ein bisschen gitarre äh gehen wir mal da hin und hoffen mal das können wir dann auch noch fertig machen können wir auch noch fertig machen und verkaufen gibt auch wieder punkte und geld und sehr gut level 5 haben wir auch erreicht dann haben wir das auch geschafft ach deswegen brauchten wir das auch für das casting weil das ist ja western und mit level 5 können wir jetzt westernleder singen deswegen sehen wir dann von der gesangsstufe her gitarre haben wir 5 singen haben wir 4 ok dann machen wir mal gerade noch ein westernlied ich kann doch jetzt westernlieder spielen country ja bella ist älter geworden sie ist jetzt senior ist dann auch nur noch eine frage der zeit achso das bild müssen wir ja noch fertig malen achso das ist fertig du könntest eigentlich gerade mal dein lied dein buch weiter schreiben das ist schön klingt gut darfst nochmal oder mach mal ein ständchen für ihn das ist doch auch schön machst du nicht so müssen wir gerade nochmal drehen gut ständchen klappt irgendwie gerade nicht ich hätte gerne noch mal ein country song ja und danach darfst du dich gerne mal schlafen legen ok deal dann haben wir eigentlich casting morgen um 9 gut morgen um 9 haben wir casting so dann kannst du das jetzt mal ein bisschen schneller machen er schreibt das dauert auch noch ein bisschen bella hat kein futter der ist angespannt warum braucht vergnügen ok level 5 der schreibfähigkeit erreicht und der hätte jetzt gerne vergnügen ähm dann gehen wir mal ein spiel spielen so und du darfst hier gerade nochmal futter geben wie sieht es denn bei dir aus soweit alles grün energie brauchen wir noch mehr da können wir nochmal pennen gehen da können wir nochmal pennen gehen ist auch kein fehler so da müssen wir bei gelegenheit mal unsere küche was vergrößern ne das haben wir hier in der letzten folge gemacht oh ein klavier müsste ich lernen kalavier wäre auch kein fehler ähm wir machen hier gerade mal schnell vorwärts dass man da mal ausgeschlafen hat ich weiß auch noch nicht ob wir mit ihm hier zusammenbleiben oder wollen wir das noch ändern müssen wir mal gucken also ganz überzeugt bin ich vom isfahan irgendwie noch nicht aber wie gesagt das schauen wir mal so du hast hunger ja nimm dir ein gericht passt äh du möchtest gerne noch weiter pennen dann lassen wir sie pennen und dann können wir nachher ein bisschen klavier spielen oder schach mit dem ishan wäre auch noch eine variante aber klavier müssen wir auf jeden fall auch lernen äh äh karaoke sofort ne so du darfst hier mal aufräumen dass das ganze ein bisschen ordentlicher aussieht ne mein herr das darfst du auch aufräumen dass wir da fertig werden so und dann willst du pennen gehen bist auch müde mach das glas noch weg und dann passt das fühlt sich unwohl ja ja klar ausgepowert kriegen wir aber hin das kriegen wir hin so ich habe gehört dass im klub gerade eine tolle party steht steigt da könnten wir eigentlich hingehen ne mit unserer besten freundin wäre doch gar nicht mal so falsch aber was ich auch sehe ist dass die zeit rum ist deswegen sage ich mal vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen ihr seid das nächste mal wieder mit dabei wenn wir ähm ja jetzt hier die party machen ne in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal